Ja Leute, die Zubass geht ab, hier ist wieder Oli von einem neuen Video und zwar heute GTA Online Verkehrsregeln Challenge mit Philipp Hallo So, wir machen Verkehrsregeln mit Motorrad Ich glaube ich werde auf jeden Fall nicht auf Verkehrsregeln Wir sind auf YouTube, ist egal Ich würde sagen, wenn man eine Verkehrsregel verstößt, dann machen wir 5 Sekunden Strafzeit Und wir machen ohne Wheelies bei den Motorrädern, weil Wheelies da man im echten Straßenverkehr auch halt nicht machen Aber wir machen halt ohne Geschwindigkeitsbegrenze, weil es halt kacke ist So, wir fahren keine Ego-Perspektive, weil Motorrad Ego-Perspektive, warte ich kann es euch mal zeigen So, hier ist es ekelhaft Scheiße So Ich würde sagen, ich starte das spontane Rennen Drei Zwo Eins Zwei 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 Okay, 3, 2, 1, los. Wir dürfen, warte, wir dürfen doch nicht so einfach rum. Achso, hä, wo ist denn hier rot? Hier ist doch noch rot. Ja, aber trotzdem, äh, link, äh, geradeaus vor links. Ah, sorry, hab ich jetzt die Träne gedacht. Komm, jetzt die Träne. Naja, mein Freund. Äh, oh, irgendwo ein Bordstein. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11. Ja, Leute, tut es ganz kurz leid für den Zauber, aber ganz kurz. So, kann weitergehen. Warte, komm, komm, ich muss auch noch, komm. Ja, Leute, sorry, tut es nicht, wir müssen mal raus, komm. Ah, komm, 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 komm. Es rot! Was machen die denn hier? beim motorrad darf man nicht an der leite lang kommen darf man nicht darfst du nicht ist verboten neben anderen stehen darfst du beim nebenmotorrad es gibt motorradfahrer die über den fußweg fahren ja das ist unernhaft er macht sie ja jetzt solche streichen da wird es nicht verstehen bleiben wenn er mich schon Komm! Oh! Halt! Nein! Nein! Ja! Du bist die Scheiße! Ich war nicht drauf. Ah! Superwohl! Ey, boah! Ey! Na, willst du dich lieber anfahren? Kannst du dich und warten? Oh! Wir waren knapp. Okay, komm, mach! Er wohnt! Was? Oh nein! Hä? Die haben wir spüren! Sorry! Oh nein! Okay! Weil er relaxiert ja von auf dem Motorrad. Ey, Jan, guck mal! Ey! Ich! Ich bin nicht drauf! Ich bin nicht drauf! Ich bin nicht drauf! Warte mal kurz! Warte mal kurz! Warte mal kurz! 10 Sekunden! Ja, Leute! Ja, Leute! Ja, warte mal! Ja, Leute! Ganz kurzer Cut! Ja, Leute! Da sind wir wieder! Ab, bis gerade auf Brot! Ich hab' ich aber dann nehmen und jetzt zieht! Ja! Hast du den geholt, ne? Äh, das Video, das schneid ich denn gleich, ne? Hm! Weiter! Prost! Wie sie? Ah, du bist mir nicht räumlich rüber. Oh, das ist grün! Ich bin grün! Aber ich bin grün! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Danke. Ich hab' den hier noch nicht wohl accidentiert. Oho, Scheiße! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gucken. Mein Sommer auf YouTube. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aaaaaah! Ich muss noch immer wieder schließen. Ja, ja, ja. 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 Ey, Jan, guck mal, wer hinter dir ist. Hast du Wilie gezogen? Nee. Nee. Ich hatte irgendwie... Ich will nicht. Ich schwör auf alles. Ich kann auch stehen bleiben, wenn du willst. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht nach vorne. Mach den linken Tief nicht nach vorne. Ich will nicht mal. Ich will nicht mal. Ja, ein bisschen schneller. Ja, vielen Dank. Oh, oh, oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, da ist das... Oh, da konnte man das halt gut schwer noch machen. Oh, oh, oh. Wenn ich den nicht nach vorne fahre, dann fahre ich einfach raus. Oh, ich war... wo ich hinter die... Oh, fuck. Ich bin runtergefallen vom Motorrad. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weitweg? Ja. War noch. Ich fahr jetzt weiter, ja. Ja, ja. Ja. Oh, jetzt sieht man, wird es vielleicht mal eine Runde. Motorrad ist wohl auch mein fürs Auto, oder? Ja. Der Motorrad ist echt ungerecht geworden. Ja. 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 Ich fahr mal ein Stück schneller. Ja. 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 Nach. Da jetzt. Ah, das. Ja. 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 das war eigentlich doch unberechenbar alle verheißig rüber alter war dadurch gewinnt jetzt vielleicht noch ich bin ich auch ein warte mal kurz erscheint die strafenseite falsch gewechselt 1 2 3 4 ja hast gewonnen Ich komm schon rein. Was ihr wollt? Zum Schluss nochmal weiter. Komm rein. Was ist das Ziel? Ja. Ah doch. Ja, Leute, ich hab das Ziel nicht gefunden. Das war eine ganz kuriose Folge GTA Online. Lasst auf jeden Fall mein Abo und Like da und aktiviert die Glocke. Ah ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.